jetzt Jo Leute jetzt sind wir wieder hier mit 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 dem Gronkh genau Gronkh das ist hundertprozentig Gronkh kennt man das nicht an meiner Stimme naja ich kann leider Gronkh jetzt auch nicht nachmachen mit dem Odinaka Jesus in Wirklichkeit ist das Jomelitz Play der der gibt sich als Odinaka aus der sich wiederum als Gronkh ausgibt ja genau ausgab ausgibt section jetzt wenigstens mal langsam los ich weiß nicht nachkomm ich Supporter ein wird das jetzt auf einmal niederle ich habe mich nicht ja aber habe mir gedacht dann würde ich dir die Lassets klauen und so ein bisschen damit ich mit den mit meinen 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 ja du kannst Lich Bane holen kann so insta lock mit hard time mit ach ne kann man insta lock sagen man hat ge insta lockt schreibe einfach insta lockt ist ja nur slang ja slang ja slang das game war slang insta lockt insta lockt ist das neueste ja ich hätte das did weggelassen you insta lockt du hast you and you had oder so you have you you did insta lockt keine ahnung also you did insta lockt auf keinen fall you did insta lockt wenn dann also du kannst nicht zweimal present äh simple pasta aber keine ahnung von den Formen benutzen ach egal alter ja das letzte mal dass ich grammatik in englisch hatte das ewig her ach ne meine schule ist ja jetzt schon vorbei und dann noch drei jahre oder so das letzte mal englisch grammatik ja englisch das war ja eh nie meine stärke lieber bleib ich bei deutsch mathe und biologie und so n zeug ich glaube die mal den kleinen einfach nur miese ärgern dankeschön so ich habe auch mal den kleinen von denen geklaut ich habe 38 ep mehr aber der wird wahrscheinlich smitless machen ach egal die jannah ist da über dir wixer alter schön in die fresse du musst aber aufpassen wir dürfen seinen Namen nicht aussprechen da 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 oh fuck alter oh voll treffer oh da kriegst du aber aufs moll ach ich bait die nur ah genau oh du hast du gesehen wie frech die einfach den water reinsetzt ich würde sagen dafür kennen wir die gleich mal erstmal ach ne alter watnleck alter das ist voll behindert mit weniger FPS zu spielen als normal komm gib dem gib ihm und ich krieg gar nix dankeschön ja dann sag nicht gibs ihm dann höchst auf ihm zu geben das ist kann man nur Ignite auf Astrid mitnehmen das würde ich ja niemals machen es gibt noch Supporter die die Lars jetzt vorbereiten ich habe gedacht die werden ausgestorben oh das klappt für dich selber nö ich hab kein einzigen genommen ja hast du das grad an dich selber gesagt meine ich hast du dich grad selber gelobt ja like oldi anger ich mach sowas nicht ö oh fuck ja nicht schlimm ich glaub der ärger sich gar nicht der wettbewerb ach schade ich bräuchte Ulti er baitet sich auf halb AP der hat mich gerade voll in den Tower gebetet BAM das ist immer ein bisschen long ALTER der will ja anscheinend keine Geistens wie sie sich auch immer Schiel zu spät gibt ach ne Gimm S real ach schade manchmal hab ich das Gefühl die Sperre kommt voll schnell so witz und manchmal voll langsam du darfst die nicht mit deinen Ulti-Tags verwechseln oh guck mal wie schnell alter Legs wie viel FPS hast du denn eingestellt? 50 warte und dann hast du Legs ja ne ne wegen den Fraps es macht ja immer neue Aufgaben nach 4 GB oder so neue Dateien und wenn das passiert dann Legs auf eine Mikrosekunde ach so auf 30 FPS ungefähr auf 39 und das merkt man übel ich spiel wenn ich mit Fraps spiel die ganze Zeit mit 33 ich merk das überhaupt nicht und sobald Fraps aussieht dann denk ich mir scheiße läuft das Spiel schnell ach ne ah fuck ich sollte vielleicht mal Fallen legen ach fuck ich hoffe die Legs sieht man nicht selbst wenn wenns ja nur für eine Mikrosekunde ist was oh du Penis Lutscher shit was ich hab keinen Bock mehr auf was ja kein Heal Pod ach so ich hab grad keinen Bock mehr verstanden ich hab gesagt keinen Pod mehr oh guck mal wie sie sich schiedelt auf mich guck der baitet mich mega schade boah das war ja mal Fail oh da kommt ein Zynga ich nicht Suizider bist der hat dich tot gebaitet ja siehst du es sagt dass der baitet und leider hör ich mich nicht auf mich selber ist der immer noch da drin? nö ich hätte eigentlich gedacht Marokai wär im Jungle aber ich seh grad das ist unserer ja da wird sie wird sie wird sie aggressiv das geht gar nicht klar ich muss sie dafür bestrafen es kommt schon ein ein Creep brauch ich noch dann hab ich 5 später stopp nicht oh komm komm Alter warum hat der Tower nicht geschossen? keine Ahnung ... ... ... ... ... ... du bist ja voll Mainstream, du kaufst dir genau die selben Items Blue Ezreal ist OP warum koffen sich jetzt alle dieses dummes Schwert? weil du mit Blue Ezreal auf Poke spielst mit deinem Coo ja, er löst den Effekt auch aus von dem Jungler-Item normalerweise spiel ich mit Ezreal Genja Build, einfach Bloodthester als ich das denken aber ich hab Blue Ezreal für besser empfunden weil du auch zum Schluss alle 6,6 Sekunden dein E-Ready hast und dann, wenn du deinen Coo triffst, kriegst du dann nochmal eine Sekunde abgezogen also, easy lol, wie ich fehle lol, was wird das jetzt gerade? die holen wir die holen wir good job alter, ich treff nicht ich bin tot, renn weg oh, 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 fuck, oh, fuck, oh, fuck schade, dass du noch keinen Rabbelanz hast ja alter, dieses scheiß Creep, ich glaub's ja nicht hat er dir den Kill verändert? ja so ist das mit den Creeps report Creep for for assisting enemy team vor allem den enemy Creep ach Achtung ja, ja, ich weiß, ich seh's ja schon oh Gott bitte stirb oh, schade lol, der ist noch da, ich hab doch grad mein Ulti da reingeschossen, oder nicht? das war ne optische Täuschung I see der wird dich gebounded alter was soll ich mir kaufen? ich hab keinen Plan oh, jetzt kommt Cutter level 8 boah, da kommt dir, da kommt dir ganzer Skill raus auf den Supporter drauf komm, ich geb's dir der Ezreal, der gibt voll nen Fick, das interessiert den gar nicht das ist so geil, man ey, jetzt kriegt der ja seine Quedule hier ah, Steel, Kais waren alle beiden meine wie der einfach drauf geschissen hat, richtig geil oh, wir haben ne Lulu Top, sehe ich jetzt erst echt jetzt? ja, ade Lulu what the fuck, alter ich bin schockiert ich bin schockiert ja, wenigstens verkackt sie bitte nicht ja, ich hab's ja hier, hier zwei Kills gelassen, deswegen ja, das stimmt ja oh shit, wo ist dies? alter, ich, ich treff gar nicht mehr man das ist, der Zauber ist verflogen alter, war das knapp oh shit easy ausgewichen ah, jetzt hat er getroffen der Zauber ist wieder da ja simsalabim ah, du Penner scheiß Creep wie der Maokai ausrastet echt? fuck try hard nur weil er gestorben ist oh, oh, oh komm noch ein Speer und wenn das ein Kill ist, dann will ich ihn feiß ah, fuck oh dieses Drecks Creep, ey ich hab aber auch ein Glück ach ne immer in der Sekunde oh, leck schieb ich auf die Lecks komm hier drauf fuck die fuck sie ab oh digger uuuuh meint er so hat nicht so ganz geklappt wie ich es wollte oh geil, wir hatten der jetzt getroffen kein Plan alter ich hab eigentlich auf den Ezreal gezielt pass auf der die SIN kommt wahrscheinlich von hinten oh, schütze auf oh, jetzt spiele ich aber mit meinem Leben, das geht gar nicht ne ach komm, ich spiele mal auf Support komm, ich spiele mal auf Support oh, good job, good job, the found the noobs oh, fuck, alter, der Luck fixer da hätte ich aber gebetet jetzt kann man ach easy 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 das war Absicht also sterben nicht, aber ja ha 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 ich guck, ob die scheiße läuft, alter oh, fuck, ich hab meinen Ton nicht aufgenommen ja doch, der läuft da ja, guck mal hier, da sind die Ausschläge Peaks auf der Turnspur oh halt mal bitte auf ja aber ich weiß nicht, ob's laut genug ist da kannst du ja dann auch anpassen jo das ist ja nicht das Schlimme stirb jo jo da geht ein Raged, oh die Anker ich bin der Innenbegriff von RU lol, Rage alter, wie die dodgen ja, wieso bist du jetzt weggeflasht, alter wo bist du, alter, guck mal hab ich die Pone ja, dann brauchst du ja mich nicht oh, du Lutscher wie der direkt E benutzt hat wie so ne Pussy ich würd das nie machen ich würd man-mode voll reingehen hm, hm, hm alter, wie hat der mich jetzt getroffen alter, wie hat der mich jetzt getroffen ja, okay, da, wie er dich jetzt getroffen hat, weiß ich oh, alter, wo ging der Kuh denn bitte hin ja, falls du da hinäht ich muss ja spekulieren und jetzt spekulier ich mit meinem Multi gleich oh, schade jetzt kannst du spekulieren Leute, da hab ich das gar nicht hingefeuert da hab ich das gar nicht hingefeuert ich hab das auf den S-Real ich schwöre ich schwöre jetzt muss ich ihn spekulieren nur da wutz ganz nach oben da hab ich das nicht ansatzweise hingeschossen ich schwöre man-mode ich schwöre auf meine verdammten Eier oh shit ich wurde gepownt was muss ich denn nur die ganze Zeit hier unten können da sich mal Freunde suchen ach du scheiße, war das geil, man ich hab den da nicht ansatzweise hingeschossen ja, hat man gesehen alter, das war geil, mein Highlight des Tages oh geil ich kann ja nur sagen, wie es war oh, das gibt's nicht ich ich krieg noch ein Kind alter hast du nicht schon drei oder so? ja nachdem wollte ich gerade eben schon ich schwöre dir wirklich, ich habe da nicht ansatzweise hingeklickt ich glaube dir aber meine Maschinenpistole nicht oh, alter guck mal Todesmodus an jetzt springt der über dieses scheiß Teil, ich glaube es nicht ich könnte ein besen essen echt schmeckt er gut alter, was ne verpackte Kacka Leute Kassel ist hier Ach nee Naja, Alter, was war das von E? Von mir? Nein, von Maokai, hier, hier Dann hat er sich doch entschieden bis hierhin zu fliegen Ich hab gedacht, du meinst mein E Maokai, da ist der W Ist doch mir wurscht, Alter, ich hab Maokai Ich hab Maokai seit einem Jahr nicht mehr gespielt Ah, die haben ne Elise, Alter, wir haben verloren Ich merk grad nicht so, dass wir verloren haben Doch, die redet das ganze Spiel noch Oh, der Wichser Ich hab nur 2 Assists, what the fuck, man Ja, genau, Kass Dann krieg ich nix Siehste, das kommt davon, wenn man mir kallt Dann kriegen wir auch den dritten nicht Zack, kriegst keine Tag-Speed-Buff Ich hab auch Komm, man-mode Man-mode LOL Ich hab jetzt grad voll Bock auf Pokémon Oh Das sind Sperre aus der Hölle Die kommen einfach von irgendwo Alter, da werden sie greedy, da werden sie greedy Alter Alter Alter, warum macht ETH denn nicht hinterher? Ich krieg die nicht mal was dafür Ich krieg die nicht mal was dafür, dass ich die gepokt hab Lol Man-mode, man-mode Oh fuck, leck Z-back Ich guck mal nach Blue Alter, was war das? Oh fuck Fuck mal live, die haben den sogar wirklich noch Oh shit Oh shit Braucht er Hilfe Schick mal eine Ulti Ey, wir können ja aufhören zu chasen, es ist gar keiner gekommen Alter, was war das? Das, du bist das ultimative Predicting-Biest Ja, ich merk schon Wow Ich muss mich umgewöhnen, die spielen äh Behindert Woman-mode Woman-mode Aber nicht Catwoman's time Ne, leider nicht Sonst hätte ich da grad'n, äh, Pentakill von den dreien rausgeholt Ich brauch' Gold Wo gibt's Gold Unten Unten sind zwei, zwei Buffet-Tische Oben gibt's Gold Ich würd's verlachen, wenn's die Creeps einfach ausweichen oder so Das wär doch so geil, oder? Ja, passt, Last Whisper Easy Oh, Alter Hey, ich kann nicht mehr zaubern Jetzt geht's wieder Ja, das Spiel ist gegessen Ja, ja, immer so ne Oh, Alter Blame, äh, der Lee ist glaub' ich gelieft Echt? Ah, ja, stimmt 3-0, Lee Level 9 Hast du noch ein paar Worte zum Abschluss? Ja, die sind Noobs, ich konnte nie richtig aimen, weil die so schlecht ausgewiesen sind und das eine Mal hab' ich gar nicht eingezielt Ja Dann verabschiede ich mich auch mal Esst Gemüse, ist gesund Keine Ahnung Tschüss